Wir sind wieder unterwegs in Spanien, in Uru Nidos. Und hier haben sie sehr schön neue Seebrücken gemacht oder begehbare Seebrücken für das Publikum, sogar mit Sonnensegeln, für die kleinen Kinder, wenn die Mütter dabei sind und die Väter, mit einer guten Aufpassung von der heißen, franischen Sonne. Ja, hier sieht man die Sonnensegel und vorne ist ein Perr, der alles vermisst und abnimmt, ob alles in Ordnung ist mit den ganzen Maßen. Ich habe eben auch gerade etwas gezeigt, wo ein Handlauf ist, wo noch das Holz ausragt. Tschüss!